Ich kann euch nur mitteilen, dass der Graf sich eine Aufstellung seines gesamten Vermögens von mir hat erstellen lassen. Und ich befürchte das Schlimmste. Wenn der Graf an den Bischof überträgt, werden wir mit übertragen. Und was uns dann blüht, das könnt ihr euch selber ausmalen. Das wissen wir ja. Wir wissen...